moin zusammen liebe freunde willkommen zu diesem video und wie ihr sehen könnt da habe ich meinen einmal mit dem neuen dreinacht me too logo aufkleber sticker drauf könnt ihr euch auch besorgen da können das video dazu noch mal angucken ja was habe ich gemacht ich habe nur die motorhaube gewaschen deswegen ist hier auch so ziemlich gar kein schaum und gar nichts habe ich ph-neutral natürlich gewaschen ganz klar und dementsprechend können wir uns nämlich jetzt das beading sheeding nach acht wochen ohne scheiß die zeit vergeht so schnell leute ist jetzt schon acht wochen her dass ich die keramik versiegelung eco shield aufgetragen habe auf mein fahrzeug und ja dementsprechend würde ich sagen machen wir jetzt den test nach circa zwei monaten beziehungsweise heute genau acht wochen wir haben natürlich durch jetzige jahre sind immense luftfeuchtigkeit das kann sein dass hier noch so ein kleiner schlier drauf ist nach am waschen ja ihr seht es hier schon ich habe es nicht abwarten können habe schon mal angefangen also schaut euch das an das ist so der wahnsinn diese versiegelung das ist nicht mehr normal also das ist eine tröpfchen eine perlenbildung also beadings und ein sheeting wenn man sich das ablaufverhalten jetzt hier anguckt das ist der absolute wahnsinn kann ich stundenlang so weitermachen und das nimmt kein ende also das ist wirklich vom allerfeinsten wie gesagt ist jetzt drauf seit exakt acht wochen heute guckt euch das mal an da bleibt nichts mehr auf dem lack klick 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 zack also das ist der absolute wahnsinn und ich bin immer noch tierisch begeistert davon gerade jetzt wenn es regnet oder geregnet hat und es ist viel feuchtigkeit also so viel noch drauf bleiben kann auf dem lack drauf und man fährt und ich sehe dann die motorhaube dann sieht man nur die wasserperlen richtig schön nach hinten abperlen also wirklich vom allerfeinsten richtig geil also die versiegelung hat sich auf jeden fall bezahlt gemacht keramik versiegelung in dem fall ja wie ihr wisst und noch mal ein bisschen mehr pumpen nicht mehr viel drin so guckt euch das mal an also ich habe selten so wunderschöne kleine pädchen gesehen aber das ist wirklich ganz 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 großes kino sprühe noch mal was auf und dann kann man in die nahaufnahme gehen ja also das ist echt der knaller guckt euch das mal an und zack sobald die perlchen ein bisschen größer werden rutschen sie nur so vom lack runter also das ist wirklich richtig geil so schauen wir uns jetzt noch mal im detail dann guckt euch das an also ich sehe hier ehrlich gesagt keinen unterschied zum ersten tag vielleicht doch im gegenteil man sieht dass es besser ist als am ersten tag da war es eigentlich schon ziemlich geil aber mittlerweile ist es besser geworden ich sehe aber keinen unterschied zu dem status von vor vier wochen als info noch ist wichtig ich habe den wagen in dieser zeit zweimal gewaschen genau plus jetzt hier die motorhaube noch mal explizit nur die motorhaube ja und dementsprechend also guckt euch das mal das ist der echte wahnsinn ich bin sowas von begeistert manchmal an hier an dieser stelle ist kein tropfen gar nichts alles komplett direkt runtergelaufen wenn ich hingehe weg sind sie also das ist ganz 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 großes kino dementsprechend wirklich supergeile versiegelung die ich euch nur empfehlen kann schaut euch gerne das making of davon noch mal an wie ich das ganze aufgetragen habe und haut rein bis zum nächsten video ciao